Hey Leute, was geht? Euer Ironics Wach ist wieder hier, ne? Wisst ihr ja, wie's läuft? Schneewittchen und so. Spaß beiseite. Was für ein dummer Spruch, Schneewittchen und so. Ähm, warum ist der zweite Part nicht rausgekommen? Haben sich bestimmt manche Leute gefragt, wie sich mein Kanal angucken. Naja, wie hat's der Markus natürlich wieder ganz schlau gemacht. Ähm, Entschuldigung dafür. Natürlich hat der Markus wie immer mit seiner Intelligenz das Video gelöscht. Auf seiner Festplatte. Naja. So, dann werde ich euch das einfach heute raushauen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das hoffe ich. Und ja, ich wünsche mir auch mal sehr, dass ihr mal diesen Kanal verbreitet. Das wäre sehr schön, wenn ihr diesen Kanal verbreiten würdet. Ähm, ja. Ihr denkt, warum redet der halt so komisch, der Politiker? Der hat ja eine Stimme. Ja. Deswegen mach ich einfach hier ganz fertig. Weil ich irgendwas im Hals hab. Weiß kein Mensch was. War auch noch nicht beim Arzt. Ich mein, so. Jetzt setz ich mal das Headset auf. Ich hoffe, ihr versteht mich. Denn das letzte Mal gab es ja das Problem mit der Sprachaufnahme. Deswegen rede ich heute extra ziemlich laut. Ähm, ich hoffe, meine Mitspieler sind gut. Und mein Team-Mate auch. So, dann let's go. So, das Spiel beginnt in acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Wuhu, wuhu, wuhu. Was für ein Wunder. Ja, apropos, meine Abonnenten. Wenn ihr mal wollt, dass man euch aufhört, müsst ihr mich mal irgendwann dann in der Ding anschreiben. Dann, ähm, mir mal eine Runde zocken, muss ich euch mal besser kennenlernen und dann könnten wir das auch mal da über Skype oder wie auch immer machen, dass man euch auch hört, weil ich hab mir ja noch kein Mikro geholt. Ich weiß, warum hat der Typ sich kein Mikro gekauft, ist der ja dumm oder so. Nein. Ähm, ich mein, das ganze Geld kostet auch Geld. Aha, Markus. Intelligent. Ähm, ja, wie ihr es gerade eben gehört habt, ich heiße Markus. Ja, natürlich. Manche kennen mich natürlich auch, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Ja. Markus, das ist schon hier über die Map zu klettern. Naja. Jedenfalls, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr auch machen sollt. Verbreitet den Kanal an alle Leute, die ihr vielleicht in eurer Freundesnissen kennt. Außer auch so, ähm, Leute, wo all, jeden Kanal einfach immer nur disliked, egal wer es ist oder so. Solche Leute bräuchten auf meinem Kanal. Hab ich bis jetzt auch nicht auf meinem Kanal. Darauf freu ich mich. Echt, weil, ähm, ich hab wirklich Abonnenten im Moment, auch wenn ich nur vier Abonnenten hab, da, darauf bin ich stolz. Muss ich echt sagen, denn, ich habe Abonnenten, die mich immer unterstützen. Und wenn ich sag, dass sie was in die Kommentare schreiben sollen, dann schreiben die das auch in die Kommentare, was sie haben wollen. Das unterstützt mich halt einfach bei der Arbeit und macht mir die Arbeit halt einfach ein bisschen leichter. Deswegen will ich mich dabei auch jetzt ein bisschen bedanken. Wenn ihr mal, ähm, von mir natürlich daran hören wollt, wie mein Alltag ist in meiner Schule, ähm, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Das sind, da hab ich ganz viele lustige Geschichten. Jedenfalls für euch verrat. Ja. Ich hab noch Feuermelder. Naja. Ähm. Ja. Aber pro Feuermelder, meine Mutter. Dem Letzt auch das Haus abgefatzen, fast. Wenn meine Oma nicht noch da gewesen wär. Wie gesagt, zeigt eure Mutter immer, sie soll immer schön den Kochtopf runterstellen. Wenn sie geht oder die Herdplatte auswärtsschirms, könnte euch das gleiche passieren, wie bei uns denn mit zu Hause. Und natürlich, der Markus dann mal wieder eine ganz intelligente Idee. Ich mein, wenn ich neben was stehe und das piepst völlig in meinem Ohr, kann ich das gar nicht leiten. Was macht der Markus? Nimmt den Feuermelder, oder wie die Scheißdinger immer heißen. Nimmt den Feuermelder, klatscht ihn auf den Boden und die Feuermelder ist kaputt. Naja. Gleich in Amazon gegangen, all wieder neu bestellt. Das ist so ähnlich wie, ähm, mit meinem Controller. Den hab ich auch zerstört. Mein goldenen Controller. Naja. Wenn ich manchmal ruhig bin in Videos, dann liegt es auch da dran, dass, ähm, ich mich georientiere, weil ich mich... Das hat mir jetzt auch... Das ist immer noch die Geschichte. Wenn ich dann da ein paar Kids gemacht hab, weil... Ähm... Ich... Nein, 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 nein! Kommt auf die dumme Idee, der Hurensohn! Mann! Scheiß-Hurensohn-Camp, Alter, wieder mit seiner Scheiß-MG! Allerdings anders kann, außer mit einer MG zu spielen, der Hurensohn! Was bildet der sich eigentlich ein, Alter? Denkt er, wie Bruce Lee oder so? Ja, das bildet der sich ein. Ich weiß. Ja. Fail, ne? Wird mal ein bisschen auf die Umgebung aufpassen, wenn ich dich wär. Genau! Schön alle in der Ecke kennen! Das könnt ihr gut gehen! Naja, das kennt ihr gut! Das kennt ihr richtig gut! Gell, das ist das Einzige, was eure Scheiß-Mutter euch beigebracht hat! Ihr bärmlichen Kinder! Immer schön in der Ecke schimmeln! Minderwertig, ey! Ganz ehrlich, minderwertig! Immer schön in der Ecke schimmeln, Mann! Was seid ihr für Ecken-Pimmler, Alter! Äh, Ecken-Schimmler, Pimmler! Ja, komm, ruhig. Heiß-homophobische Spass-Pimmler, Ja, geht wieder zu eurer Mutter, die soll dich wieder ins Grab bringen, Alter! Ich schweige denn, ihr habt überhaupt ne Mutter, ihr Scheiß-Kinder, in der Ecke schweige denn da. Scheiß-Ehen-P-Granate, Mann, das fiel mir doch gar nichts mehr, Bin ich froh, wenn diese Scheiß-Voll-Auf-Didi-Ghost rauskommt. Bin ich froh, bin ich froh. Naja, apropos, wollte ich noch ein Thema klären, ich hab euch ja versprochen, dass ich ja eigentlich Battle-choice-4 bekommen, naja, da gibt es so ein Problem. Ich hab mir keinen Battle-Cirt-IV bestellt und ich werde mir auch wahrscheinlich kein Battlefield 4 bestellt. Das heißt also, wenn es rauskommt, werde ich euch davon nicht gleich ein Video raushauen. Aber ich versuche, also ich weiß nicht, ich versuche natürlich, dass ich euch Call of Duty Ghosts sofort raushauen kann. Das versuche ich. Also das kann ich euch sogar versprechen. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt im sagen wir jetzt einfach mal im Medi-Hool oder im Amma-Hool. Ah, egal. Ob ich es mir jetzt im Mediamarkt hole oder im Amma-Tool unterstellt. Das ist halt nicht. Ähm, ja. Oh. Nur ist das. Was ich auch scheiße finde, dass man in den Videos keine Musse bringen darf. Alter, geh mir weg mit der scheiß Frostmap, Alter. Wenn die scheiß Frostmap jetzt wiederkommt, dann dreh ich ab, Mann. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Danke, danke. Ich glaube, es gibt immer... Was für ein hässlicher Spaß, die, Alter. Scheiß Huren-Söhne, gehen alle auf Frost, Alter. Das ist seine Lieblingsmitte, Alter. Da können sie sich einwickeln in... Ja, in einem scheiß... Schnee, Alter. Ja, da können sie wieder in einem Schnee-Camp, Alter. Da können sie sich in einem Loch buddeln und in einem Schnee-Campen scheiß Huren-Söhne, Alter. Da haben auch keinen Spiele-Geschmack oder so, Alter. Wenn alle nur veräbstet, so die scheiß Hustler, Alter. Ja, sie sagt doch nur die Wahrheit, YOLO. Entschuldigung. Das tat mir leid. Komm, machen wir noch schnell einen kleinen Spruch auf, Elogu. Nein, das heißt, ich hab's ein bisschen zu verstanden. Egal. Boah, ich erfinde jetzt ein eigenes Lied, Alter. Boah. Hey, ich glaub, es mach ich mal. Wenn euch das mal gefällt, mach ich so mal Special und guck mal, ob's den Tug durchgehen lässt. Da mach ich immer so ein eigenes, eigenes, ähm, Musikvideo einfach mal. Das mach ich dann so als Special, so ein Musikvideo, Alter. Ich dann so richtig abdehre, Alter. Da war dann natürlich ein Lied, das ich mir selbst erfände, also kommt dann bestimmt jedem zu einer Scheiße, Alter. Oh. Jetzt kommen ja auch noch Leute in die Lottweb, wo meine Sprache können. Ich hab gedacht, es kaufen sich ja keine Deutschen mehr. Oh. Wie sind hier alle Vexprayer da hier? Komm, dann campen wir jetzt ein bisschen. Weißt du, wenn ich camp, dann werd ich immer getötet, aber wenn die Gegner helfen, dann werden sie nicht getötet. Nein, dann werd ich wieder getötet. Warum beniebe ich immer das Arschloch, Mania? Scheiß-Huren-Söhne. Ich hab wohl auch keine Gefühle, Alter. Na, wenn ich das Arschloch hier. Glaubst du, Alter. Alter, ich geh gleich wieder an die WLAN-Box und zieh den Stecker raus, Alter. So was kann man sich doch einfach nicht mehr geben lassen, man. Das ist doch kein Spiel mehr, Alter. Ich hab ja eigentlich, ich mach ja heute jetzt auch extra zwei Videos, weil ich ja, dass jetzt der zweite Part ist, praktischerweise, und ich ja, nett sein will. Und ich sie ja auch irgendwie auf einer Weise verbockt hab. Deswegen mach ich dann noch ein Video. Ähm. Aber nicht, wenn es so weitergeht, dann spiel ich MW3, ganz ehrlich, Mann. Ganz ehrlich. Was, was sollten wir für Huren-Söhne, Alter? Ich könnt ihr ja, hab... Ah. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ähm. Ja. Ich weiß, es wäre mal besser mit Hals mit Bonbons, aber... Was für ein Hurensohn. Was für ein Hurensohn. Ganz ehrlich. Grazie. So. Ja. Jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wenn ich jetzt so weitermache, dann kriege ich vielleicht sogar noch eine Vito. Oh Mann, das wäre... Will ich ja nach 10 Jahren wieder mal eine Vito raushauen, aber... wäre ja dann mal wieder ein Special oder sowas, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon immer mit einer Vito gespielt habe. Ah, doch, warte mal, das ist Weißes. Oh Mann, nein! Was sind das für behinderte Mongo-Kinder, die immer zu zweikommen? Dir schießt ich jetzt noch ein paar Kugeln in die Puppersen, Alter. Wo ist der andere? Wo ist der andere querschnittsgelähmt, Alter? Da war noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer. Ja, damit hättest du jetzt nicht gewartet, ne? Das hättest du jetzt nicht erwartet. Mein nicht. Gewartet. Ja, und ich mach noch ein letzter Kill damit. Komm. Schön. Naja, dann geht das Video schon lang genug und dann sage ich natürlich auch gleich Tschüss nach dem letzten Kill noch. Und dann gehe ich pissen, Alter. So, Leute, das war's dann auch von mir im nächsten Video. Und ich sag Tschüss. Und wie gesagt, verteilt mal meinen Kommentar, äh, mein...